Was? Könnt ihr beide nur hier jetzt verpissen, ich möchte ein Video drehen. Ja, ist ja gut, ey. Hallo liebe Leute, ich bin von der kleinen Tanne getaggt worden und beantworte euch heute 11 Fragen über Instagram. Wie lautet dein Name auf Instagram? Mein Name auf Instagram lautet master-jam0. Das liegt daran, dass immer wenn ich mich irgendwo anmelde, der Name Masterjam aus irgendwelchen Gründen schon vergeben ist. Wann hast du dein erstes Bild hochgeladen? Mein erstes Foto auf Instagram habe ich dieses Jahr Mitte Juli hochgeladen, also gar nicht mal so lange her. Das war auch erst mal nur als Test gedacht und dann dachte ich, jetzt muss ich richtig mit Instagram durchstarten. Und dann habe ich angefangen mein Essen zu posten. War das so richtig? Wie oft postest du Fotos auf Instagram? Das ist ganz unterschiedlich, manchmal 5 am Tag, manchmal eine Woche lang gar nichts. Es kommt darauf an, was halt gerade da ist und was ansteht. Ich denke mir nur, wenn ich manche Sachen sehe, boah, das brauche ich, meine Pullover werden das lieben. Welches ist dein schlimmstes Foto auf Instagram? Mein schlimmstes Foto ist schon über 20 Jahre alt. Das hier bin ich im Kinderwagen und ich habe eine Stirn so groß wie ein Atomkraftwerk. Welches Foto hat die meisten Likes? Das Foto mit den meisten Likes, wo du auf der letzten Yukon während eines Auftritts von Ionisch geschossen bist. Dieses hier. Geil, oder? Wieso bist du auf Instagram angemeldet? Wie die meisten bin auch ich durch Gruppenzwang auf Instagram gekommen. Ich finde es eigentlich total unnötig und im Endeffekt Bilder kann ich auch auf Twitter posten. Aber naja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich finde es cool. Wie viele Leuten folgst du auf Instagram? Im Augenblick folge ich auf Instagram 89 Leuten. Welches ist dein liebstes gepostetes Foto? Mein liebstes gepostetes Foto trägt den Titel, Musikvideo Nummer 2 ist abgedreht. Ich habe es letzten Freitag erst hochgeladen und es ist dieses hier. Coming soon on my channel. Privat oder öffentlich? Natürlich öffentlich. Dein neuestes Foto? Da musst du schon selber reinschauen. Welche Art von Fotos lädst du hoch? Auch ganz unterschiedlich. Selfies, lustige Infos, Gegenstände, LeFloid und auch Videos. Gute Nacht. So, von mir getaggt werden jetzt Vegas Films und Dark Victory. Nächste Woche Montag startet auf diesem Channel mein neues Format. Unbedingt reinschauen, es geht um die Arche Internet. Boah, Alter, fick dich mal. Und ja, danach kommt auch irgendwann das neue Musikvideo. Hoffentlich. Daumen hoch. Daumen hoch und bis nächsten Montag. Explosion. Hier ist nur so weit, Blöden. Es war.